Ich bin zum allerersten Mal hier ganz alleine gespawnt. Ich bin zum allerersten Mal in der Huge gespawnt. Ich hab verloren. Verloren habt ihr. Da ist einer mit einem Autoreifen. Dir fehlt das Auto dazu. Oder hast du einen Platten? Ich hab einen Platten. Soll ich dir helfen, einen Reifen wechseln? Bullshit. Nee, ich wollte zu Tim. Kann mir einer von euch sagen, wo ich Tim finde? Der hat Reifen bestellt. Ja, ja. Der steht irgendwo auf der A93. Richtung München. Richtung Bamberg. Irgend so was, gell? Äh. Oh Gott. Der Gerritz hat sich bei mir aufgehangen. Äh, Bada, was los? Stehst du mit Huge in die Gang? Ja, ja, hier. Chuck Jolly läuft auch seltsam um mich herum mit einer Huge. Ich hab den Schuss, mach kaputt. Geh weg. Oh, ich hab keine Mone. Wie, du hast auch eine Huge, keine Munition? Wie hast du das angestellt? Nein, für die M16 jetzt keine Mone. Achso. Da liegt hier überall Munition rum. Ich weiß, ich hab, ich seh welche. Achso, ja, da geht's. Ich hab Fahrrad. Ähm. Crocs, hinter dir. Crocs. Was denn, ja? Crocs, hinter dir Fahrrad. Du hast Fahrrad. Ja, komm, wir suchen jetzt Tim. Der steht irgendwo Richtung München auf der 93. Fahrrad. Okay, wir fahren mit Fahrrad. Ich versteck mich. Keiner findet mich. So vor allen versteckt. Ich versteck mich. Wie so Fragezeichen. Soll. Soll? Zerkorn? Wie so Fragezeichen? Hört sich grad so an, als wäre jemand vor rechts. Banane! Aua! Nein, die Ziegel. Äh, der Ziegel. Nein! Oh. Schaden gemacht. Der hat mir Schaden gemacht! Mann! Nein, Toppy! Toppy ist jetzt ein wütender Elf. Ah. Ah. Wegen Dulac und mir? Hä? Das ist wie ein Hund. Oh, ich... Der Charlie's da ist es! Der Fug! Nein, Pallabuch! Ich bin es nicht! Äh, ich... Ich weiß nicht, Chuck... Ha... Hast du Remig getötet? Ich will nicht. Nein? Nein, ich will nicht. Nein. Komm, ich hab eh schon kaum Karma. Jetzt werde ich wieder ein Inno töten und dann hab ich noch weniger Karma. Da, schau nach. Wichtig. Da, schau nach. Ja, komm schon. Da, schau nach. Hallo? Es leben noch drei Leute. Wo? Pallabo, ich und ein Traitor. Hallo, Pallabo. Hallo. Wieso ein Traitor? Es gibt zwei! Bitte ich mal, Frau Flaggen. Dann ist Pallabo einfach nur retarded. Ahaha. Ich bin neben... Ich bin neben ihm gestanden und habe mich getötet. Ja, ich hab von... Ja, das Ding ist bei mir extrem unflüssig. Bei mir lag das alles. Ich hab vorhin einfach ein Boom-Buddy hingelegt, läuft das so weg. Auf einmal... Wer ist an dem Boom-Buddy gestorben? Ich. Ich hör's nur so... Du glaubst gar nicht, wie dumm ich mich gefühlt habe. Ich seh, Crocs läuft auf mich zu. Crocs läuft an mir vorbei. Ich seh, da liegt auf dem Boden eine Leiche, wo Crocs Studios draufsteht. Und klick sie trotzdem an. Und dann... Ohne... Ohne irgendwie zu sagen, ey Leute... Oh, ne... Ich denke... Ja, deswegen hab ich schon gedacht, scheiße, gleich wird er die Fresse aufreißen. Aber nein, er hat's nicht geblickt. Ich hab den Moment so gefeiert gerade. Mich dann nur... Boom! Ja, der ist kaputt schlang hier. Ich hab den Moment gerade echt so gefeiert. Ähm... Wie viele Runden haben wir überhaupt noch? Noch sechs Runden? Haben wir erst vier Stück gespielt hier? Ja, wir sind ja schon da braun. Das backt rum. Das steht schon die ganze Zeit nur sechs Runden. Das steht wirklich die ganze Zeit nur sechs Runden? Oh... Ja, dann spielen wir noch... Spielen wir noch 1400 Runden und dann wechseln wir mal die Map. Guter Power. Die wechselt die von der Lange. Sorgt das jetzt zumindest. Ähm, Jungs, hier hängt C4. Hier hängt C4. Hier hängt C4. Wo? Wo? Ich hab's! Au! Ah! Brennt! Äh... Lunter brennt! Backup! Bei Chuck, du hast es gesehen, ich hab's gerade entschärft. Gut. Äh, zum Schärft. Ich hab C4! Ist der nicht nochmal da drin gestanden? Das macht dich nicht ungefährlich. Nimm das was? Ey, Jama's hört. Das stimmt allerdings. Ja, weil ich durch Feuer gelaufen bin. Ja, einer, der da oben gestanden ist und sich dran ergötzt hat, der weiß das. Komm, das ist Marge. Ja, ey, Jama... Ja, ich hab doch gerade C4 entschärft gefunden bei 20 Sekunden Countdown noch und entsch... Ja. Ich iss, ich... Warum kann ich das C4... Wieso, wieso kämmt der da hinten? Genieße es. Ich nicht. Warte, destroy C4. Confirm destroy. Also, ich hab das C4 jetzt kaputt gemacht. Also, als Palabo haben wir... Nur mal eine interessante Anmerkung nebenbei. Palabo ist Spectator, das heißt, wir haben nur einen Traitor. Okay. Wir haben einen anderen Traitor. Nein, 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 nein. Ich bin kein Spectator. Aber da stehst du... Doch, du bist Spectator! Ja! Das steht da so, aber ich spiele doch schon seit zwei Punkten, seit drei Punkten mit. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Ja, der ist... Er hängt zwar nur rum, aber der ist tot. Achso. Ja, das ist... Ich sag doch, Gary's Mord seit dem ganzen Ab... Ja, seitdem sich Gary's Mord geupdatet hat, geklappt hier einfach nix mehr. Ich... Da schmeißt einer Ziegelsteine nach mir. Ich bin gerade traurig und meine Zigarette läuft gerade weg. Die muss ich mal kurz zurück. Einen Aschenbecher tun. Ich bin gar nicht da. Er ist wieder da! Ihr wart zwei Traitor? Ja. Die ganze Zeit schon. Also war Pallaboot doch nicht. Der hat's doch gesagt! Okay, äh, es funktioniert! Nehmen wir irgendeine kleine... Ja, wobei, wir sind ja jetzt das Sexmann. Ähm... Island? Island ist immer aus so... Nehmen wir... Ne, Palazza funktioniert nicht. Äh... Nehmen wir Island, das haben wir nicht gehabt. Ja, the way. The way, den hat man auch schon lange nicht mehr mit den ganzen Fallen und sowas. Alle wechseln. Das ist ganz cool. Aua! Mann, das tut völlig weh, Alter. Nicht nein, sondern ja, Meister. Doch. Doch? Sag nein ins Gesicht. Wo denn sonst hin? That's what she said. Was ist dir lieber? Die Diegel im Gesicht oder die Schrotflinte hinten eingeführt? Das ist natürlich eine sehr komplizierte Frage. Wenn du bist, lieber die Schrotflinte, weil der Diegel fühle ich mich verarscht. Du wirst dir jetzt auch ehrlich gesagt, ob ich vorher bitte meinen Anwalt dazu beziehen. Bin nicht sicher, ob ich darauf so antworten sollte. Oh ne. Ich stelle mich in die Scheune, wenn der Traitor kommt, tippe ich mich weg. Tschüss. Wie tippest du dich weg? Hey, ich wollte gerade sagen. Das ist ein Geheimnis. Hey, Cox, du musst es auch so kennenlernen. Ich werde niemandem etwas erraten. Ich werde einen Teleporter. Ne, ich kenne ihn nicht, wie gesagt, wir haben die Map schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich keine Ahnung mehr davon habe. Wo bist du? Du bist ein sehr geheimnisiert. Ne, ist mir egal. Ich habe hier gerade Chuck Tollis da, ich habe eine Schrotflinte und er hat keine Waffe. Da ist keine Diegel. Wir wissen, dass er keine Waffe hat. Keine AK gekauft. Ach so, er hat eine M16. Der hat glaube ich ein bisschen am Längen. Ja, bis der der AK gekauft hat. Ich glaube auch, wir haben noch Preparing. Cox nebenbei, der Ping ist nicht wirklich gut von uns. Oh, der ist eher echt heftig, ja. Außer Crocs. Außer ich. Ich habe wieder den besten Ping. Aber Chuck Tollis bei mir leckt da überhaupt nicht. Jetzt habt ihr einen Ping von 500. Wieso Diegel? Ich habe eine Schrotflinte. So, du hast. Wieso Diegel? Ich habe eine Schrotflinte. Was hast denn du im Auge? Guck mal her, stell dich mal da drauf. Das ist eine Diegel. Eine Diegel vielleicht. Also, was ich genial an der Map finde, ist halt einfach die ganzen Trader fallen. Man kann sogar das Auto, wenn es vorbei fährt, exp... Oder Chuck Tollis da läuft fast vor das Auto. Aktiviere den Gitter unten im Keller. Da fahren Autos. Da fahren feier Autos. Ich bin noch immer dafür. Die ist da immer noch recht schnell, gell? Ja, ich bin noch immer dafür. Wir bestellen uns alle von diesen Grabsternen und warten. Die Tür ist so zur Hälfte zu. Ja. Mann. Ich gehe mal ganz vorsichtig über die Straße. Entschuldigung. Nein. Ja. Warte. Hier wohne ich jetzt. Hier gibt es Waffen. Ich auch gerne. Warte, stopp, stopp, stopp. Was möchten Sie kaufen? Was möchten Sie kaufen? Links, rechts oben. Ein Big Mac, ein Hamburger. Wir sind hier ein Waffengeschäft. Wir führen keine Lebensmittel. Ein Big Mac-Menü mit einer saftigen Cola. Gibt es das Happy Meal auch mit Hamburger anstatt Cheeseburger? Möchten Sie eine Discombo? Schauen Sie mal, wie schön die hier liegt. Die ist doch wunderschön. Das ist sogar eine Special Edition. Die ist gezündet. Hier würde eine Diegel liegen. Extra für Sie. Eine Diegel. Ich habe auch eine. Das ist eine ziemlich gute Version. Hier, das sind sogar schon acht Schuss drin. Das glaube ich. Das sind sogar schon acht Schuss drin. Genau wie in meiner. Soll ich Ihnen das mal vorführen? Gucken Sie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Schuss. Jetzt ist sie leer. Also ein Magazin. Ähm, 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 was? Was soll ich hier ab? Was? Ich war niemals hier. Oh, ups. What the fuck? Ups. Ja, ich bin ein Autoreifen. Du bist ein Autoreifen? Funktionieren die Props? Funktionieren die Props? Nein, leider nicht. No. Irgendwie nicht. Das kann doch nicht sein. Man kann reingehen, aber nicht mal rausgehen. Ich habe jetzt den Verdacht. Oh, Krox. Ich habe jetzt den kompletten Counter-Strike, äh, Content mit auf dem Server drauf geladen. Ich habe den kompletten Content von, ähm, Half-Life mit auf dem Server drauf, der auch funktioniert und läuft, denn den lädt er mit, das sehe ich. Das nervt mich. Ich bin eine Kiste, tötest du mich mal schnell? Eine Kiste im LKW. Egal wer es ist. Bitte mal kaputt machen. Äh. Ich. Ich will mein Haar sein, nicht als Kiste gehen, ihr Leben. Äh, Krox, kannst du mir kurz zugucken? Ja, ich, ich bin die Kiste. Danke. Ja. Toll, jetzt bin ich ein kaputtes Kistenstück. Warte, ich hole dich, ich hole dich. Ja, ich, das Problem ist, ich bin jetzt gar nichts. Bei der Farm drüben, jetzt kann man ja nicht mit den Props rein. Hast du toll gemacht, jetzt kann ich nicht mehr Baum spielen und keiner sieht mich. Ja, ist ja da, ist ja da Absicht. Die Props funktionieren, deswegen wundere ich mich, warum ich nicht bewegen kann. Ah, toll, jetzt bin ich im Container. Ich habe einen wunderschönen Ausblick auf ein Feuer. Hat jemand zufällig einen Schwein dabei? Krox, ich kann nicht angucken. Ja, und ich kann mich nicht bewegen. Nichts. Ich, ich mich auch nicht. Wo bist du, Krox? Ich bin ein Autoreifen daneben. Ravik, ist disconnected by user. Oh, da ist er wieder. Ich habe nochmal reconnected, weil das nicht ging. Ja, kein Ding. Oh, was kann diese Leute, die heißt, warte? Hey, Jai, warum hast du mich eigentlich getötet? Ich habe mich nicht getötet, ich habe nur Krox. Ich habe nur Krox getötet. Er hat mich getötet? Weiß ich nicht. Ich habe nur Krox bewiesen, dass es da mehr als acht Schuss war. Ne, ich meine acht Schuss in einem Magazin von der Diegel. Ich habe sie vor... Ja, aber meine Diegel hat auch noch einen Schuss gehabt. Ja, das hat eine andere Diegel. Ist ja nicht die Diegel, die ich ihm verkaufen wollte. Das war ja ein anderes Modell. Ja, die, die du verkaufen wolltest, hatte keine acht Schuss mehr. Deswegen habe ich dich als Betrüger getötet. Ja, ich hätte ihnen ja wieder acht Schuss draufgegeben. Ne, ne. Ich habe extra ganz oft ganz knapp nur in seinem Kopf vorbeigeschossen. Ja, weißt du, dass da ist die ganze Zeit... Ich wollte die ganze Zeit die Sonne Shotgun raus und dich abhauen und auf einmal kommt L.J. immer rein. Ich denke, toll. Manu. Ja, und dann die er so, äh, was? Krox, Krox, Krox. Ich habe das erst nicht gecheckt, auf einmal sterbe ich. Ich denke, ja, toll. Und dann war Krox. Hat die Runde überhaupt schon angefangen? Ja, ja. Äh, steht bei euch auf? Äh, äh, Krox? Ja, ich bin tot, aber mich... Ich habe gerade mal nicht realisiert, dass die Runde angefangen hatte. Ja, steht bei euch auch, Traitor? Ja, ja, ich bin tot, Traitor, was kann das? Macht nicht das sowas zu sein, oder? Bei mir steht einfach nur Preparing und dann wurde ich abgeknüpft. Ja, ja, bei mir auch. Ich sag doch, der... Ja, dann geht das Traitor. Gary's Mod ist einfach nur noch verpackt zur Zeit, seit seinem letzten Update. Die müssen wir wieder updaten. Krox, kannst mal gucken, ob hinter der Tür was ist. Ich will wissen, ob die aufgeht. Hinter welcher Tür? Warte, ähm, ich sehe dich hier. Hm, ja, ein roter Teleporter, Dingsbums. So ein roter Raum mit roten Fusseln. Drinnen, die schweben. Pack, da will ich rein. Da bring ich jetzt um. Da will ich rein. Ich bring mich jetzt um. Beim Promesse muss man auch mal machen. Ja, eindeutig. Was ich, was ich cool finde, ist bei dem Steam oben, ähm, auch nochmal, ich sag's nochmal für das, weil es ja nicht mittlerweile eine andere Folge ist. Ich werd nebenbei, ähm, TTT jetzt halt immer mit streamen in Steam und auch andere Steam-Spiele hatte ich vor zu streamen, sobald's geht. Oh, das, das, das war bitter. Ich find's lustig, bei jedem Ton, das ich von mir gebe, fängt oben das Mikrorot, das leuchtet an, also so die ersten Versuche. Und ich hab auch den Verdacht irgendwie, je mehr Zuschauer ich hab, desto mehr, äh, desto höher habt ihr einen Ping. Ich hatte vorhin sechs Zuschauer und ihr habt einen Ping von 600 gehabt. Hä? Also schaut mich zu, damit die einen ganz schlimmen Ping kriegen. Hört auf zu zu sehen. Jetzt wo du sagst, ich hab ein Ping von 113, obwohl ich, jeder hat einen hohen Ping, das ist alles wegen Crocs. Ja, ich glaub, ich, 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 ich muss nochmal bei meinem Internetanbieter anrufen und sagen, ne, tut mir leid, die Internetleitung ist einfach zu... Ich kann nicht streamen und aufnehmen und zocken, was ist auf einem scheiß Anbieter. Ja, die Internetleitung, die ist einfach zu schwach mit dem, äh, 75k Upload. Das ist, er geht einfach nicht. Ja, man schaust. Ja, 75k, schwach, oh nein. Manche würden sich, glaub ich, freuen, hätten sie eine 75k Upload. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber so wirklich viel merke ich davon nicht, muss ich ehrlich sagen. Oder ich überstrapazier meine Leitung einfach noch. Hey, 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 hey! Das Auto schießt auf dich, das war das Auto, ich hab's gesehen! Der auf dem Dach ist, völlig unschuldig, das war das Auto! Na klar, doch! Ja, Palabou, du hast auch ein 600er Ping, als einziger. Ja, da ist er! Wie? Ja, Palabou ist uns jetzt nicht hoch. Ich hab aufs Dach geguckt! What the fuck, wie kann man... LOL! Ähm, ich hab's ja wichtig, wenn ich unten bin. Aber er ist um die Ecke gegangen, damit konnte ich nicht. Ey, ich war im Haus! Damit hast du nicht gerechnet, dass er die offene Tür nutzt, zur Sicherheit. Nee, ich wollte eigentlich zu ihm aufs Dach hochgehen. Ja, lauf bei euch. So. Der Ping könnte ja auch natürlich noch so hoch sein, weil ich noch nebenbei drei Videos grad uploade. Ja. Ja, eine Möglichkeit. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Nee, 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 das liegt an den Zuschauern, das liegt an den Zuschauern. Ja, das sind die 13 Minuten. Nee, ich hab jetzt da, ich hab jetzt hier unten eindeutig Traitor stehen, dieses Mal. Ah, ich hab... Dann, wo bist du? Ja, und mein Kollege ist eindeutig, äh, ähm, ein Chamer. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist das. Bin ich mir auch hundertprozentig sicher. Ich würde jetzt lachen, wenn wieder einer mich einfach abknallt. Er hat gesagt, er ist Traitor. Das wollte ich grad nicht machen. Ja, wenn ich ihn auch witzig finde. Ja, wenn ich ihn auch witzig finde. Mal ehrlich, wer sagt... Er hat gesagt, das ist ein Traitor-Kollege. Ja, es... Die Props funktionieren jetzt wirklich? Muss ich mal ausprobieren. Ja, ja, ich steh auf ner Kiste. Ich steh auf ner Kiste. Palabo, kletter mal da drauf. Das ist ein wunderschönes Gefühl, auf ner Kiste zu stehen. Was? Stell dich mal nochmal drauf. Ich mach'n Screenshot davon. Ja, mit der Diegel in der Hand machst du nen Screenshot. Ich... Was ist das? Ähm... Wow, shit. Er hat die Kiste kaputt gemacht. Macht einfach die Kiste kaputt. Böser Palabo. Ey! Hey! Hey, da schießt wer! Moment. Du bist wirklich Traitor. Ja, schießt wer. Augenblick. Hey, da schießt wer! Ich hab' geschossen. Schießt doch! Hör auf zu schießen! In der Tat. Erschreckt mich doch nicht, Junge! Ohne Scheiß. Oh, das... Was ging hier ab, Mann? Ich... Hä? War hier... Hat hier nicht grad jemand geschossen? Hä? Da liegt... Phönix liegt tot auf der Straße. Ich würde mal sagen, er ist von dem Auto überfahren worden, so wie es ausgeschaut hat. Also, so wie seine Leiche dort liegt. Licht backt ja auch ein bisschen rum, oder? Was? Ja? Das Licht backt ein bisschen. Ne, ne. Ne, ne, das... Das... Eigentlich... Ich merk' nix. Dein Computer ist kacke, das... Das ist... Ja! Also... Er hat einfach nicht mal gelogen. Ich hab' nicht gelogen, ne? Ich wollte mehr schießen, aber ich hab' gar nicht gefunden. Ich hab' echt überlegt. Ich... Ich bin das eine Mal in Darkrocks hergelaufen. Ich dachte, ich wollte ihn echt abknülen. Ich hab' mit zwei HP überlebt. Ich hab' mit zwei HP überlebt. Und vor allem, ich Idiot, ich hab' die ganze Zeit die AK gehabt und ich nutze sie nicht. Dann hält dich auch ein Muni gehabt. Ich hab' einfach die AK die ganze Zeit gehabt und ich hab' sie überhaupt nicht genutzt. Warum... Ich... Hm... Ich sag' schon gar nix mehr. Ach ja, AK ist aber bewertet. Ja, vor allem, ich hab' halt einfach nur vorgelesen, unten stand Traitor. Und ich hab's einfach vorgelesen, ohne nachzudenken. Und dann musste ich mir irgendwas überlegen, um mich da wieder rauszuziehen. Rox? Ja? Ich dachte mir so, ob ich jetzt sagen soll, im Stream steht, dass du mein Traitor-Kollege bist. Ja, ich muss mir jetzt echt was überlegen, damit... Ich hab' halt gesagt, ich bin Traitor. Irgendwie musste ich mich aus der Scheiße ziehen. Äh, irgendwie hängt dann's Dream, nennen wir. Also, wir sind irgendwie noch auf Traitor's Win und... Ich hab' keine Ahnung. Traitor's Win und auf der DS Italy Map. Bei mir war das schon von offline, wenn's der richtige Ding war. Keine Ahnung. Adresse. Hey, mein einer Zuschauer. Ähm... Zack, äh... Zack, äh... Zekron-LP. Hängt der Stream bei dir? Auch? Ach, das wird er nicht hören, wenn der Stream hängt. Ja, das ist ja so ne Möglichkeit. Deswegen verliere ich vielleicht auch wieder die ganze Zeit Zuschauer. Er ist Traitor. Offline. Ey, ey. Ey, ey. Einfach einer direkt vom... Nee, aber Traitor. Er war im Traitor. Warum war er Traitor? Weil er im Traitor-Shop war. Warum war er im Traitor-Shop? Ich hab halt in eine Richtung gelaufen. Ja, und? Ich trau dir nicht. Ich bin Traitor und ich bin immerhin oder nicht. Stopp, ich lass... Ich will ihn erst untersuchen. Der Stream läuft zack da. Also bei ihm geht der Stream. Also... Geh da rein. Echt? Geh da rein. Ähm. Chuck, es tut mir leid, aber deine Leiche wird immer wieder von dem Auto weiter gesch... Warum kann ich dich nicht untersuchen? Stopp, warte mal, warte mal, warte mal. Da kommt das Auto, das Auto kommt. Ich hab ihn schon confirmed. Ach, du hast ihn schon... Das ist einfach schön. Lass ihn halt auf der Straße mal schauen, wie weit er kommt. Seit einer Stunde und einer Minute ist... Dazu sind wir schon... ... und... ... wie man... Ähm, ja. Ähm, ja, am besten dich nicht noch mit davor stellen. Cox, ich kippe den Tipp. Es gibt zwei Traitor. Jaja, ich weiß. Aber wir sind noch zu viert. Okay, wir sind noch zu dritt. Der andere Traitor ist gerade gestorben. Stimmt, der andere Traitor ist gestorben. Palabo! 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 Einfaches Ausschlussverfahren. Oh, nee, hätt's auch sein können. Was? Oh, nee, hätt's auch sein können. Der war ja schon tot. Ach so, der war ja schon tot. Aber ich bin an deinem Boombody gestorben, du Arsch. Dafür kann ich doch nichts, wenn du... Ciao. Als wenn's jetzt meine Schuld ist. Vor allem Johnny ist schon zum zweiten Mal. Das ist aber die letzte... Okay. Also... Also als... Das ist halt nicht dein Tag. Als Traitor untersuche ich grundsätzlich keine Leichen. Egal, ob's ein Boombody ist oder sonst irgendwas. Ja. Nichts. Grundsätzlich, wenn ich welche töte, dann... Dann lass ich sie liegen. Ja, außer... Dann muss man die identifizieren. Du musst ihre... Du darfst ihre Familien doch nicht beschmutzen. Vor allem, außer ich sag, ich hab jetzt den Traitor-Kollegen getötet. Und ihr habt wirklich einen Traitor getötet. Hatten wir auch schon. Ja. Ich hab meinen Traitor-Kollegen getötet. Da dachte sich Krok so... Wenn die Runde beginnen, schieße ich ihn mit der Diegel in den Kopf. Fuck, er war mein Traitor-Kollegen. Ja, eben. Da dachte ich's mir wirklich. Ja, er denkt sich sowas nicht. Er macht das einfach. Das passiert einfach. Das ist, das ist wie so ein Naturgesetz. Das kannst du einfach eingeschossen. Aua! Aua, ich werde angeschossen! Ähm... Okay. Alle an die Fresslupen! Okay. Ja, ich weiß auch nicht, warum das... Wie gesagt, ich kann mal... Das ist so schön eigentlich. Ich versteck mich mal hier hinten. Was schreit doch nicht immer Aua. Ich geh mal kurz in die Einstellungen, weil man kann das nicht hier irgendwo einstellen. Übertragung. Ähm, ich mach mal... Ich würde hier auch schreiben, wenn ich angegriffen werde. Nein, darfst du nicht. Maximale Bitraten. Ich weiß es nicht. Mach mal auf 1000 Bit die Sekunde, oder? Beste Leistung. So gut, wie's geht. So, ja, ich hab jetzt mal auf beste Leistung gestellt. Vielleicht funktioniert es dann. Und wir haben gar keine Zusch... Ich hab gar keinen Zuschauer mehr. Nein, doch, schau mal auf, dann. Dieses während des Abspruchs... Ah, warum... Ei! Anzuschauer hast du. Das ist auf mich, Phoenix. Ich mag deine Füße nicht. So, ach nee, jetzt... Ich mag nicht, wie du guckst, du Sau. Ach so. Okay. Also, ähm, wo war ich... Doch mich. Ja, die waren gerade alle weg. Ich hab umgestellt und da hat es gerade bei mir oben nur langgestellt. Jetzt weiß ich nicht. Ich hab die Bitrate etwas runter. Ähm, A-Chamer ist... Tot. Tot. Chuck. Geh bloß weg. Du hast alles... Ich hab dir in den Kopf geschossen. Und? Ich, ich, Phoenix auch. Es juckt niemanden. Gary's Mord halt, ne? Wieso Phoenix? Da steht jemand mit der Traitor-AVP und er ist... Fuck! Uuuuuhh... Wer war jetzt der Traitor? Zieh ab, ich denk... Ja, natürlich stirbst du, was ist... Arschrecken. 15 live hat sich... Ach, kein Wunder, dass du mit dir zerstörst. Ja, ich hätt'n zweiten Schuss noch setzen müssen, dann hätt's passt. Hm, schade. Ich hätt'n mit der Shotgun schießen sollen. Ich bin jetzt... Ich hätt'n einfach ne Waffe nehmen sollen. Ich hätt'n nicht so schlecht... Ich hätt'n einfach rumbringen sollen. Er hätt'n mich alle einfach rumbringen sollen. Ja. Okay. Besten gehen die in uns, stellen sich auf die Straße, lassen sich von der Autos umfahren und die Traitor gewinnen. Ja, oder wir stellen uns alle in einer Reihe auf, dann ist es, äh, Zufallsprinzip. Wir stellen uns alle gegenüber und der, der schneller klickt, hat halt gewonnen. Ja. Was hat das gesagt, Paderborn hat das gesagt? Nein, 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 nein. Das hatten wir schon mal, das war... Paderborn hat das gesagt? Ähm, ich hab's gesagt, aber, äh, Zaymar, dreh dich mal bitte um. Paderborn hat nichts gesagt. Nee! Er schießt! Er schießt! Egal. Ramek und Zaymar schießen aufeinander. Ja, ich halt mich da, ich halt mich da raus. Ich mich auch. Ach, du bist auch da. Ja, äh, Ramek hat jetzt Zaymar getötet und Zaymar war inno. Ähm. Ja, Kieren, wir. Ich würd sagen, wir... Einfach unkommentiert lassen und weggehen. Ja, einfach, einfach völlig ignorieren und da war nie was. Ich, ich hab nichts gesehen. Ja. Leute. Hacker. Gamer Hacker. Paderborn, wo ist der? Er ist auf einem Auto mitgefahren. Guck mal, er fahrt mit dem Auto mit und stirbt nicht. Hacks. Vorsicht, Neber, dir sind Explosionsfässer. Johnny, ähm, ja. Geh lieber weg. Oder, oder so. Das war knapp. Aber richtig. Der springt aufs Auto drauf. Hey, Tim, 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 Tim spielt, äh, Gary's Mod. Dann würd ich mal behaupten, der kommt gleich. Ähm. Das Auto hängt. Du hast das Auto kaputtgepackt. Kommt jetzt noch ein Auto und dann gibt's Massenkarambulasch. Ich bin nicht, Trader, ich wollte das Auto retten. Das Auto hat die Rache bekommen. Ja. So, ich würd mal sagen, Tim wird gleich, dann wird's auf jeden Fall laut hier. Also, Tim ist... Ich schreibe ihn mal an, Tim, 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 Tim. Goods right, Tim, 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 Tim. Tim, 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 Tim. Ich glaube, man muss aber leise rankommen, weil wir sind gerade in einer Schweigesession. Tim, 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 Tim. Ich schreib Tim, 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 Tim. Ich versuchsgrad. Zach. Hi. Hi. Sollen wir TTT spielen? Ich muss aber nochmal los, Mutter stresst. Ja, das kenn ich. Deswegen hab ich mein Festnetztelefon auf stumm geschalten. Ich weiß, ich bin ein gemeiner Sohn, aber sie ist nichts anderes gewöhnt. Hey! 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 Löchle da! Sag mich nicht, warum er tot ist. Ich hab keine Ahnung. Komm kurz stehen, ich will dir was, ich will dir was zeigen. Nein! Ramek hat eine Sil... Ach fuck. Was hab ich? Er wollte dir nur seinen echten Hasen zeigen. Er wollte dir nur einen Lolli geben. Er wollte dir nur Süßigkeiten geben. Eine lange Zuckersack. Na komm, das kann doch nicht wahr sein. Und? Beweg dich doch nicht immer so schnell! Boah! Durchgegraben. What? Das war ein Total-Fail. Kann doch nicht wahr sein. Kopf! Dümmer ist bei Ramek. Ich zieh auf seinen Kopf. Ich drück ab. Treff ich... ...seine Beine. Ne. Ja ohne Scheiß. Wie? Aber ich hab mich jetzt auch wirklich blöd angestellt. Ah... Ziemlich so. Also... Ähm... Geh mal was... Hä? 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 Hä?